Die Menschen, die mich hier jeden Tag im Viertel sehen und die auf meiner Seite stehen, die können sich sicher fühlen, weil sie alle wissen, ich bin da. Umso mehr haben sie Grund, mich zu lieben. Aber die Menschen, die nicht auf meiner Seite sind, die sind vorsichtig, weil sie genau wissen, ich bin da. Und deswegen haben sie guten Grund, mich zu fürchten. Ist es besser, wenn man geliebt oder gefürchtet wird? Eine sehr gute Frage. Es ist schön, wenn man beides haben kann, aber sehr schwierig. Aber wenn ich mich entscheiden sollte, würde ich lieber gefürchtet. Die Furcht hat länger als die Liebe und Freundschaften, die man mit Geld kauft, bedeuten nichts. Äh, Mo, was hast du gemacht? Ich bin da, 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 Mo, was hast du gemacht?